Bisher konnten nur große oder auch mittelgroße konzerne strom verkaufen in zukunft soll das aber jeder können block chains Machen es möglich also daten block hätten ihr könnt euch das vorstellen wie eine art digitales register Das alle transaktionen aufzeichnet es hat viele vorteile beispielsweise ist es für alle teilnehmer transparent jeder kann reingucken Mithilfe von block chains können also auch privatkunden strom ihrer solarzellen oder aus den batterien ihrer elektroautos verkaufen wenn es sich lohnt Wie bald vielleicht jeder mit strom handeln kann jetzt den klick zum science and fiction herzlich willkommen und zum schluss gibt's noch eine kleine überraschung Block chains kann man quasi als eine art technische handelsplattform bezeichnen die die teilnehmer von transaktionen Unabhängiger macht für viele verschiedene projekte des nachbarschaftshandels sind dezentrale block chains von enormer bedeutung Zum beispiel in der ökostromszene normalerweise wird der preis für strom unter anderem durch die gesetzgebung Netzbetreiber und energieversorger bestimmt doch block chains machen es auf diesem feld jetzt möglich dass verbraucherinnen und verbraucher Selbst mitmischen wer also eine photovoltaik anlage auf seinem hausdach hat oder diejenigen die eine ladesäule in der garage haben können mit hilfe von block chains ihre produzierten kilowattstunden in kapital umwandeln indem sie ihren strom verkaufen die programm codes der block chains Beinhalten dabei beispielsweise Transaktionsprotokolle mit allen möglichen infos damit die bestellten kilowattstunden strom an die empfängerinnen oder den empfänger Transportiert werden können die datenblöcke sind dezentral verschlüsselt Validiert also auf ihre gültigkeit überprüft und gespeichert alle prozesse wie beispielsweise die buchung oder der erhalt werden in den datenblock hätten Gespeichert ohne dass etwas verloren gehen kann denn alles ist transparent und zwar für alle die im netzwerk sind ein größeres projekt das beweist dass das technisch Funktioniert läuft in brooklin hier teilen besitzerinnen und besitzer von Solarstromanlagen ihren strom mit anderen auch in deutschland ist das konzept bereits in die praxis umgesetzt worden die rwe tochter Energy ist an der idee beteiligt dass besitzerinnen und besitzer von elektroautos ihre ladebox zu hause teilen können damit auch andere strom tanken können Dazu meldet man sich mit einer app an durch smart contracts also auf deutsch smarte verträge die in programm code vorliegen werden die ladeboxen Freigegeben in diesem netzwerk sind mittlerweile rund 1200 öffentliche und private ladestationen angemeldet und es funktioniert Ungewiss ist allerdings ob das technisch so klappt wenn es immer mehr elektroautos geben sollte denn das bedeutet mehr datendurchsatz denn Dann soll das sogenannte schaden ein wortkonstrukt aus charging laden und sharing teilen zum einsatz kommen dabei werden die blöcke Nicht mehr im gesamten netzwerk sondern in voneinander getrennten bruchstücken validiert also auf ihre echtheit gecheckt Auch wenn dieses konzept große vorteile mit sich bringt gibt es auch einen schwerwiegenden nachteil eine studie vom kölner Energiewirtschaftlichen forschungsinstitut für energy research and scenarios zeigt jetzt dass block change nicht Wirtschaftlich sind denn der preis für den strom wird durch viele aspekte in die höhe getrieben Beispielsweise durch steuern einspeisetarife und netzentgelte nachteilig ist auch dass eine stabile versorgung nicht gewährleistet werden kann Denn der netzbetrieb kann sich nicht auf eine kontinuierliche strom anlieferung Beziehungsweise abnahme einstellen die netzbetreiber wissen somit nicht wie hoch das angebot und der bedarf sind doch es gibt hoffnung Eine block chain lösung von ibm soll engpässe im stromnetz verhindern ihr vorteil sie kann größere mengen an batterien für den Stabilen netzbetrieb zugänglich machen die größte herausforderung Branchenübergreifende block chain technologien zu optimieren besteht darin die transaktionsrate zu erhöhen bei der block chain für die kryptowährung bitcoin Liegen etwa sieben transaktionen pro sekunde viel zu wenig nicht nur für den energiebereich die lösung könnte eine sogenannte Konsortiale block chain sein hier sind meist unternehmen die betreiber somit sind die identitäten der teilnehmer Bekannt und damit ist dann auch das konsens protokoll weniger aufwendig es wird deutlich weniger energie Für. Die block chains benötigt und bei es werden weniger verschlungen 1000 transaktionen werden dann tatsächlich pro sekunde möglich Intelligente ladetechnik wird dann mit den smart contracts kombiniert die batterien nehmen also strom auf wenn es zu viel davon gibt Andersherum können sie ihn auch wieder einspeisen wenn die nachfrage steigt und das angebot zu klein ist Auch das hamburger software haus potom baut auf eine ähnliche idee ener chain Basiert auf tendermint eine viel leistungsfähiger block chain Plattform wobei in jeder sekunde ein block gebildet wird im vergleich bei der smart contact plattform Ethereum passiert dies alle 20 sekunden und bei der digitalen währung bitcoin sogar nur alle zehn minuten Ein block fast mehrere transaktionen so dass bei optimalen bedingungen bis zu 10.000 transaktionen enthalten sein können ende des jahres wollen unternehmen wie rwe und total Den energiehandel auf einer chain betreiben noch kann man kaum abschätzen wie sich diese ganzen block chain varianten zukünftig gegen zentrale Digitalisierungstechniken behaupten werden experten und expertinnen sagen eine zwischenlösung voraus die zentrale und dezentrale techniken kombiniert ebenso Genauso wie sich wohl auch die stromwirtschaft in zukunft aus vielen kleinen und großen Erzeugungseinheiten zusammensetzen wird auf jeden fall steht eine revolution des energiemarktes bevor in zusammenarbeit mit der redaktion von Technology review ist dieses video entstanden und speziell für klicks und zuschauer habe ich jetzt ein geschenk ihr bekommt nämlich eine ausgabe Gratis wenn ihr auf diesen link klickt den könnt ihr auch gerne weitergeben Technology review ist der absolute hammer und ja hier geht es zu einem weiteren video dass wir mit dieser tollen redaktion zusammen gemacht haben der verkehr Der zukunft vorbild china kriegt drauf wenn es euch interessiert und ansonsten bis dann bleibt